Wer steht da jetzt drin, mein Lieber? Als Sieger dieser Staffel, wer bekommt den jetzt endlich? Den Dancing Stars Stern 2020. Sie zu Hause haben entschieden. Die Sieger dieser außergewöhnlichen 13. Staffel. Die Dancing Stars 2020. Stehen da auf diesem Röllchen. Und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt. Machst du? Okay. Wir gehen zurück. Gehen wir zurück. Jetzt werde ich auch noch nervös. Ja, ich mache mal einen kleinen Blick. Ja. Norbert, magst du auch? Ja, ich halte es nicht mehr aus, du. Der große Moment ist gekommen. Der Moment, auf den diese Paare seit fast neun Monaten warten. Es war ein knappes Rennen. Aber das Publikum hat entschieden. Und nur noch das Publikum. Nach euren beiden spektakulären Showtänzen. Und die Dancing Stars 2020. Die Sieger dieser Staffel heißen. Das ist eine Pence. Die Sieger dieser Staffel haben. Ich halte mich. Wie? Die Sieger dieser aufzunehmen. Das war's. Ja, ich halte es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr. Nein, ich halte es nicht mehr. Aber das war's. Michi und Wadim! Feierstärken! Da ist er! Ich bin frei, bin frei, bin frei, bin frei, bin frei!